Das war wunderbar, aber es waren keine fünf Kilometer, oder? Es war viel, viel kürzer, oder? Das müssen Sie wissen. In der Gruppe ist es viel kürzer vorgekommen. Es war super. Toll. Super. Definitiv. Es war echt schön. Viele, viele Teilnehmer. Und von der Sache her, super organisiert. Es war klasse. Wir waren mit in die Schnellste. Angekommen. Es ist immer gut. Alles fit. Alles gut. Und nicht besser sein. Gab es Verletzte? Nein, bei uns nicht. Nur vom Kopf. Aber ansonsten, körperlich alles gut. Es war sehr anstrengend. Es ging. Es war schön. Es war an der Straße schön entlang, in den Weinbergen. Es hat Spaß gemacht. Es ist hammer anstrengend für einen Nichtsportler. Alles klar. Was heißt Nichtsportler? Ja, ich lauf nicht mehr. Ich tanze ja nur. Es ist kein Sport. Doch, aber nur kurz Dauer. Kurz Ausdauer. Weißt du, Schnelligkeit und so. Was heißt kurz? Keine fünf Kilometer. Ja, es war wie beim FCK. Es war heute nicht mein Tag. Gab es Verletzte? Wie bitte? Gab es Verletzte? Nein, heute leider nicht. Es war groß. Es war sehr gut. Super wie jedes Jahr. Meine Leute waren bei der Spitzengruppe. Super toll war es. Es war anstrengend. Mein erster Firmenlauf hier für die Praxis. Gerade dort angefangen und schon mitgemacht. Es war super. Es war klasse. Nächstes Jahr wieder. Danke für Ihre Zeit. Bitte. Es war anstrengend. Es hat Spaß gemacht. Ich war das erste Mal dabei. Ich denke, ich komme mal wieder mit. Was sagt ihr zur Datenschutzrichtlinie, die am 25. in Kraft tritt? Die gilt erst ab dem 25. Danke. Das ist aber schön hier. Ist schon soweit? Achtung. Hallo. Na, Thomas, sag. Bist du mitgelaufen? Wie war es für dich? Ich heiße Patrick. Scheiße. Patrick, wie war dein sportliches Erlebnis? Ich bin nicht mitgelaufen. Warum bist du nicht mitgelaufen? Weil ich nicht sportlich genug bin. Das darf ja wohl nicht wahr sein hier. Da muss noch etwas ändern. Also, Patrick muss sportlich werden. Bis nächstes Jahr. Wer sagt das? Na, ich. Das ist ja klar. Deswegen kommst du tanzen. Hier.